gut da fehlt uns ein teil vom schloss fehlt uns da noch das heißt wir müssen da noch wohnen sie käfig schlüssel wir haben den uhrenschlüssel das heißt wir könnten mal da hin und jetzt müssen wir die dinge einsetzen das kann doch hier passen ach so das draht sie aha das schaut besser aus vielleicht ist da moment jetzt du hast einen rätselhaften zettel gefunden geheime kombination in der uhr verborgen haben wir einen zettel gefunden auf dem die kombination ist stand doch ohne code doch genauer beobachtung stellten wir fest dass die räder des papiers angebrannt waren ja und diese da fehlt uns noch was da hätten wir schon mal einen nagel jetzt brauchen wir nur noch die schaufel selber da kommt man auch noch hände wie konnte monsieur davis sein anwesen nur so verfallen lassen sagt die sagt dies etwas über ihn selbst aus das kann natürlich gut sein all der müll verhindert unsere untersuchungen hier ach die sparten dann hätten wir schon mal das problem gelöst und dann basteln wir uns jetzt mal die schaufel zusammen ach so vielleicht dann was ach so selbstverständlich so zacki und dann haben wir schon einen fast niegeladen neuen sparten und damit können wir draußen im garten rumgraben da gebe ich jetzt gleich mal hin ach so da haben wir die erste blume uns fehlt uns aber noch zweite da haben wir nichts mehr was ist dann da hinten da steckt etwas im schloss ach so da brauchen wir irgendwas aber ich glaube da haben wir noch nichts dabei deswegen gehen wir mehr viel kleiderbügel mit dem richtigen werkzeug können wir das ding irgendwie bearbeiten für diese tür muss ich muss es eine kombination geben ich komme nicht hinein bevor ich sie nicht gefunden habe kombination ist es die da? ne um die tür zu öffnen müssen wir an den schlüssel auf der anderen seite der tür gelangen ja was tut der auf der anderen seite ach so da werden wir wahrscheinlich wieder ein papier drunter durchstecken müssen und dann fällt der runter und können durchziehen ach da ist blut kann nicht sein was haben wir dann auf der seite grundgültiger vorsicht dieser teil des anwesens scheint seit langem vergessen worden zu sein wir sollten einen anderen weg einschlagen ja wir glaub ich glaub wir haben da nix scheint nicht so käfig schlüssel käfig schlüssel das ist nicht gut da ist eine blume wir haben eine wir haben eine warte mal ich kann mir das einsetzen schlüssel ach so es geht schon jetzt besser auf wir müssen die wahrscheinlich richtig zuordnen jetzt da haben wir vielleicht die da ume die da da her jetzt schlüsselt das aber nicht die kehren andersrum na die stimmt mir wieder nicht ach so jetzt stimmt's ob ich gar nervt passt so jetzt sind wir wo sind wir denn im wintergarten auf diesem kunstvollen kästchen scheinen einige farbkacheln zu fehlen das heißt wir müssen die erst einmal finden der käfig pass auf so schlüsselt das ist eine kachel und die kehrt pass auf da einer geh was muss ich machen katze eine musiknote ach das kehrt vielleicht doch vier oder das ist voll kompliziert das kehrt auch noch weg als ich hätte es da her das wird nichts aha also das erste haben wir jetzt muss ich gerade noch das da herkriegen und den stern nach unten ach das geht wieder weg hat scheißdreck wie mache ich denn das das wird sich jetzt etwas sitzen ach so dann geht es wieder weg also es muss schon da bleiben ach so dann geht es wieder weg ich krieg dir mal hinten raus ich krieg dir mal hinten raus tja das ist natürlich jetzt etwas beschissen tja das ist natürlich jetzt etwas beschissen irgendwie häng ich fest machen wir es nochmal rein muss man so Oh, aber jetzt ist der wieder im Weg. Tja, ich komme da an dem langen Ding vorbei, das ist mir immer im Weg und deswegen, ich kann mich fest, jetzt haben wir schon mal zwei da herum, jetzt gehört das noch da oben, aber das muss auch noch oben, jetzt kann ich sie hören, oder, pass auf. Jetzt muss ich es aber gut raufigern. Jetzt haben wir es okay, darum, alter. Ja, wie kriege ich denn das? Andersrum hier. Okay. 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 Tja, ich kann das nicht tauschen. Ich habe das immer da oben, also da unten ist das Ding. Das ist die Katze da unten. Jetzt ist das, oder? Seht das, jetzt hat's. Minglein drauf. Ich bin wonisch. Nachdenken.